4.000 Zeitungen und Zeitschriften. 500 betreut der IPS-Pressevertrieb. Die IPS-Gruppe in Meckenheim bei Bonn ist der perfekte Vertriebspartner für Verlage. Am Kiosk und im Abo, bundesweit und international. IPS bringt Zeitungen und Zeitschriften zum Leser. Effizienter, engagierter, besser. Ob Tageszeitung oder Magazin, ob Kleinverlag oder Medienkonzern, IPS betreut die ganze Pressevielfalt. Mit einem schlagkräftigen Team und innovativer Technik findet IPS Ausgabe für Ausgabe den optimalen Mix für Vertrieb und Marketing. Jeder betreute Verlag kann sich darauf verlassen. IPS setzt alle verfügbaren Mittel optimal ein, um seine Marktpräsenz dauerhaft zu verbessern. Die vertriebliche Leistung steigt, der vertriebliche Aufwand sinkt. So lautet die einfache Erfolgsformel. Der Verlag kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, eine Zeitung oder Zeitschrift zu produzieren, die die Zielgruppe optimal anspricht. Um alles andere kümmert sich IPS. Besonders bemerkenswert? IPS ist verlagsunabhängig. Das heißt, IPS ist nur erfolgreich, wenn es auch die betreuten Verlage sind. Qualität steht deshalb an erster Stelle. Und die Fähigkeit, jedem Verlag genau die Leistungen anzubieten, die er braucht. Produktberatung, Marketing, Vertrieb, Export, Logistik. IPS steht seit mehr als 25 Jahren für Qualität, maßgeschneiderten Service und Innovation. Mit einem starken Team und hochentwickelten Tools helfen wir den Verlagen, ihre vertrieblichen Potenziale auszuschöpfen. Wir sorgen dafür, dass die Zeitung und natürlich auch die Zeitschrift den Weg zu ihrem Leser findet. Wir sorgen dafür, dass die Zinschrift die Zinschrift in der 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 Zinschrift. Untertitelung des ZDF, 2020